Hallo, es ist jetzt früh am Morgen und die Meerschweinchenbabys sind 10 Stunden alt. Die sind ja gestern um 22 Uhr auf die Welt gekommen, deswegen war bei der Geburt das Video auch ziemlich dunkel. Und jetzt ist es früh am Morgen. Das Video ist jetzt auch nicht besonders von der Qualität, weil ich herangesummt habe. Aber ich wollte nicht unbedingt hier stören, weil die Mutti ja doch noch ängstlich ist. Sie hat sich zwar super gemacht, ist schon zahmer geworden, aber immer noch ganz schön schreckhaft. Und wir haben heute Morgen auch die Babys gewogen. Die wiegen zwischen 55 und 77 Gramm. Und es sind vier Mädchen und ein Junge. Also ein super Ergebnis. Da habe ich mich gefreut. Und die sind alle dreifarbig, aber alle doch verschieden. Also jedes Schweinchen hat hier seine Merkmale. Man kann sie super auseinanderhalten. Und hier vorne, das ist der Junge. Der, wo der Po halb rot, halb schwarz ist. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass sie schön gedeihen. Wir tun das Gewicht jeden Tag kontrollieren, ob ich jetzt zufüttern muss. Aber erst mal sieht alles ganz gut aus. Aber wir sind da immer auf der Hut, dass wir auch nichts verpassen. Also das wollte ich euch zeigen. Bis später einmal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.